Ein Volkswagen Caddy ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in dem silbernen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 128.000 km. Die Erstanmeldung war Mitte 2015. Der Kombi verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Hysofix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Dachrailing, und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 150 PS an ein Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,9 Litern pro 100 km. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Bis zum nächsten Mal.